Wo ist es? Auf 3 Auf 3 Ja Wir brauchen 5 große Holz, 5 Stoff und Flechtseile Richtig Oh, das regnet So, töten, Hirsch, Sekundärziel Ja, da müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen Ja, ich bin auch gespannt Ja, Bogen war gut Oh, Stoff Stoff habe ich schon mal Corned Beef Und Wasserflasche Seil habe ich auch Pass auf, da kommen gleich Zombies hoch Ach, komm Ja Dieser Stoff haben wir schon mal Stoff haben wir schon mal Ich fuhl den Stoff, junge Dicke Wie crafte ich eigentlich nochmal? Kann ich schon Bogen craften? Auf X und dann zum Beispiel Feil kann ich schon, aber noch keinen Bogen aus Bogen für einen Bogen Ja, ich glaube ich kann das auch gar nicht Stillbringer benötigt Stufe 2 Bis den Charakter erhöhen wir, erhöhen wir nochmal den Charakter Auf X und dann allgemeine Info Da habe ich mich auch gleich erstmal auf Stufe 3 hoch gepusht Also hört sich immer nur so hochklappen wie das Camp gerade ist Jetzt können wir Hallo Tito, was spiele wir da? Wir spielen Hauptsache 2 Jetzt kann ich einen Bogen herstellen Ja, richtig, ja genau, komm mal da hat weg Verbesserte Baseverschläger kann ihn zum Beispiel herstellen Bogen kann ich auch herstellen Ich brauche es leider nur noch Pfeile Einfache Stöcker brauche ich dafür Einfach, ja ich bräuchte eine Machete dafür Ich gehe glaube ich da weiter in den Blatt Gleich wenn wir ja zu Kovac zurückkommen ist ja alles respawn Dann kannst du ja auch die Machete aufsammeln Ja theoretisch ja, ne? Ich kann aber auch, warte mal Handwerklinie herstellen Inventar Verbesserte Ich brauche ja wie gesagt nur den einfachen Pfeil Dings Einfach Stöcker Einfach Stock damit ich Pfeile herstellen kann Jetzt habe ich erstmal Verbessert Baseverschläge gemacht Einfach Stöcker, warte mal Ich glaube die habe ich in der Tasche, warte mal Dann könnten wir nämlich Den Hirsch ja Stöcker, kann ich die Ich muss mal gucken wie geht das An das Objekt weitergeben als Serboa Wie viele? Drei, jawoll Oh yeah geil Waffen Errungenschaft freigeschaltet Gib das aber auch wieder zurück Ja Aber die Errungenschaft sind ja teilweise, ne? Ja, guck mal So, sie mal gucken wo sind die Waffen Da ist der Bogen Wollen wir noch die Munition dafür Ja Apropos hier oben Ich glaube ich muss was trinken Oh, Essen trinken müssen wir ja auch Ja, oh scheiße, hast recht Warten, mein Essen Ist auf 66 und trinken auf 49 Na ja, gut Wasser habe ich auch noch Nein, was habe ich auch noch 58 Alles klar, so funktioniert das Okay, wenn wir ein Hirsch sehen Hm, da ist einer Ja, André, der Meisterschütze Ich sag dir das Also, jetzt Fleisch aufgenommen Ich guck mal Oder musst du es häuten oder irgendwie sowas Keine Ahnung Oder Machete Ich hab ja ne Machete, warte Äh, wir haben wir dann alles Okay Gut Oh, den einen habe ich hinter dir noch erwischt Ja, danke Na, guck mal hier ist noch so ein Weiß Wiesenweiß hier in Pflanze Sollt man die da nicht mal essen? Ich glaube die musst du kochen Irgendwie sowas, ne? Du wartest auch gern durchs Wasser, ne? Oh Muss noch eh überall hin Ja Muss man hier rum gehen Ja Können wir machen Das sind ja noch welche Äh, Tino natürlich Also 아마 3 Wollen wir gern mal wieder machen Die sind Hallo Olli Du oder sprichst mich gerade Bitte kurz still schweigen Danke Wir wollen gerne 아마 3 Wiederspielen Aber haben noch keinen Server Äh, weiter gefunden Wo wir uns heimisch fühlen Wir sind zwar noch auf der Suche Noch am Gucken Und alles Aber wir wollen 아마 3 Auf jeden Fall wieder Aufnehmen In unseren Repertoire Und hallo Olli Hallo Olli Hallo Olli Will Nerds und Nerds nennen Hallo Olli Spät dran heute, ne? Spät dran heute, ne? Ha? Olli? Ha? Stimme zu spät Ja Problem ist okay Olli Olli Das ist Olli Ja War die Frage Besprechung oder Schaufel und Mülltüte Wow Ja Schaufel und Mülltüte, ne? Was war das? Ich durfte ja nicht Warum? Ich durfte ja nicht Schaufel und Mülltüte Ich durfte ja nicht Warum? Schaufel und Mülltüte Das ist ein Loch im Garten Ich verstehe Ich verstehe das Ich verstehe das Ja, alles nicht Was so wird von mir Hier ist ein Hier ist ein Quest Glaube ich Ne, Questgegenstand Ach ne, das ist ein Questgegenstand Glaube ich Ja, das Holz Und das Questgegenstand Wird mir hier angezeigt mit Ausrufezeichen Geil Man sieht die Dinge auf dem Boden sowieso sehr schlecht Man muss immer gut hingucken Auf der Karte sind die markiert mit Ausrufezeichen Dir viel leicht Bis nachher in Pflanz Olli Auto Survive 2 Wartet auf dich Was? Kann ich da jetzt einfach so hinne herdrollen? Ja Nein André kann ich aber auch einladen Musste ich einladen Weil der Ding auf 2 gestellt ist Ach so Siehst du? Guck mal Sonst könnten die Leute hier einfach rein schäumen Gut Schokoriegel Yeah Die Kuh kommt noch, Chris Nun bleibt mal ganz geschmeidig Bleib geschmeidig Wir müssen selber erstmal gucken, wie das mit so Kuh funktioniert Oh, wir haben schon wieder alles fertig, ja Ja, aber wir gucken trotzdem noch das Gebiet ab Falls wir noch Holz, weil wir brauchen so viel Zeug zu bauen Ja klar Wir müssen ja alles mögliche bauen Oh, warte mal, ich habe ein Update für heute schon so weit Ja Ja, klar war der 128, ne 129 MB Ja, 124 glaube ich Ja, auf jeden Fall ein paar MB, so, wir sind zufrieden 124,9 124,9 So So ist gut Wir nicht wissen, was der von uns will Und wir bis halb sieben hier standen und ich wusste mal, ob wir zeigen sollen Ja, richtig, weil alle spurlos verschwunden sind und keiner mehr mit uns geredet hat Ehrlich Also das finde ich richtig in Ordnung Jungs Wow Schämt euch Schämt euch Komm Chris, wir gehen und schämen Hallo 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 Schön, dass du da bist Schön, dass du da bist Schön, dass du da bist Hat der Herr aus seinem AFK-Steine geschafft? Der Herr hat aus seinem AFK-Steine geschafft Das, David, das hast du ihm gezeit Ja, ich weiß Wow Es regnet Zombies Es regnet hier gerade wie Hölle Hölle? Ja oder nicht? Hölle Ja So nass wie das hier ist Äh, da ist er Hier links müssen und können wir nochmal hin Noch ein bisschen Holz finden Äh, ein bisschen habe ich ihn gerade nochmal gefunden Ja, doch mal guten Appetit Chris Aber das bist du schon seit einer Stunde am Essen, jetzt schon? Wow Du bist aber lange Der Chris futtert immer lange Sein Genießer Irgendwann habe ich was Da ist er Aber noch ein Flecht sein Ne, nein, hier ist noch ein Flecht sein Orangensaft Jawoll Was gesundes Gesund Was für den Olli Olli Ja Gib mir den Olli Was? Ja Olli, ein bisschen Orangensaft Ne, ich habe hier ACE Habe ich auch Habe ich auch noch zu Hause bei mir stehen ACE sagt Aber ich trinke Blatt dann lieber bei der Läder Kann ich nicht lange genug von meiner Frau verstehen Muss ich immer austrinken, wenn ich es direkt gekauft habe Oh Mann ey Langsam nervt die Karte Wir sind doch fertig Wir haben doch jetzt alles abgesucht Ja, gut Gehen wir raus Jo Best bestätigen Läuft doch gut Das Spiel ist äh Also wenn man jetzt erstmal den Multiplayer zusammen geschafft hat, dann läuft das Spiel gut Ja Der muss es nochmal schaffen Ja Der muss es nochmal schaffen Der muss es nochmal schaffen Ja gut Ich hab dir gedacht, dein Holz ist ein bisschen mausch Ah, wir müssen hier erstmal eine Truhe bauen oben, ne? Kann gut sein, dass er das jetzt will, ja Irgendwie sowas war das auch Guck mal, hier liegt schon wieder Loot hier vorne Ja Aluminiumdose Diese Trinkt ja auch Ah, okay Ich muss es ja hier auswählen Äh, cornebief Rombeeren Wasserflasche Orangensaft Der Bunker verlassen Naja, ich komm Ist eine private Truhe Das ist auch Kovax-Truhe So, äh Oh, 10.000 Erfahrungen schon wieder Dann muss ich einfach mal skillen Äh Geschickte Finger Ich baue dann eben Ja, mach mal Ich guck mal so durch Die Truhe Ist die Tour gebaut, wo ist denn die? Oh, irgendwo war die doch Äh, wo, 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 wo Fortsetzen? Ne, irgendwie war das anders Du musstest dir irgendwie aus dem Inventar rausziehen Irgendwie sowas war das Okay, dann guck ich mal in den Inventar Irgendwie sowas war das Ich hab die doch jetzt gebaut Ich hab die doch jetzt gebaut Gebäude, ja, Truhe Äh, also Ah, hier ist die Ja, guck mal, siehste Wurde zu den Sitzungen Wollen wir gleich hier vorne alles dicht bauen Bei Kovac oder weiter weg Da muss ich ja nur gucken, dass wir alles rundherum dicht machen hier, ne? Mit der Lichtung Auch hier vorne an den Bäumen Dazu muss ich noch ein Stück laufen Ja Das ist in den Tag Genau, guck mal, kannst du hier einfach da vorne hier so hin tun an den Bäumen Und dann können wir hier und rum die ganzen Häuser und Gebäude nachher hinbauen Wurde ein neues Gebäude Ja, ja Guck mal, so Jetzt können wir die sogar verbessern hier, guck mal 1, Stufe 2, Stufe 3 So, da kann ich jetzt auch zum Beispiel Ich will das bisschen Kram lagern Richtig, genau Hier Munition, die ich nicht brauche Da, guck mal, die Grundganzen Schraubendreher, den ich nicht brauche Wollen wir erst, wenn wir das Schloss knacken können Kann ich, hab ich glaube gerade gelernt Aber das kann ich jetzt da zum Beispiel rein tun Die Lege rein tun Holzstücke rein tun Geldstücke Flasche, Blei, Aluminium So was kann man alles rein tun Baukram und sowas, ne? Ja Ja, weißes Wiesen, Weißchenpflanzen Tue ich da noch rein Muss ja noch gekocht werden Stahl Ja, die tue ich auch rein Tierhaut Flecht Salpeter So heil ist So, ein bisschen Stoff behalte ich noch Ja, weil ich will jetzt erstmal Jetzt erstmal gucken, dass ich nochmal zwei Leute verbänden mache Für mich hier So 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 läuft das Der Vorteil ist, wir können das jetzt alles nutzen Ja, es gibt mehrere Leute gleichzeitig in die Kiste schauen Ja Ja Das ist möglich 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 Oh, schade Oh, André, hier ist noch, ich habe noch ein Pfeil für dich hier Warte mal, äh, lass mal gucken Irgendwo